Ist echt abgefahren hier. Siehst goldig aus. Oh Mann! Dankeschön. Du bist unglaublich. Das nächste Stück ist von Johann Sebastian Bach und trägt den Titel Buree in E-Moll. Der Kerl ist echt der Kracher. Mann, ihr seid doch bescheuert. Ihr steht ein Genie und euch interessiert's nicht? Rück mir mal bitte nicht so auf die Pelle. Okay, klar. Sorry, Alter. Danke. Er ist ganz klar, der Mann, der nicht klickelt, sondern klotzt. Er ist mehr als ein Mann, der ist ein strahlend goldener Gott. Dieser Mann hier bringt dir fucking Bock und fucking wohl. Ich fühl mich wohl, denn er weiß sehr wohl, er rockt den Bock. Lutscht deinen Schwanz, hebt deinen Hock. Er ist ein Geier, nach vorne schmeißer. Er lässt sie einfach saubern und geifern. Denn dieser Mann hier bringt dir, dieser Mann hier bringt dir, dieser Mann hier bringt dir fucking Rock. Denn er kickt den heißen Scheißer Mast. Und du weißt, sein Name ist Kaldas. Rockin' und fuckin' rollin' und fuckin' rockin' und fuckin' rollin' und fuckin' Yeah! Krass! Tenacious D. Kings of Rock